Ich habe jetzt gerade eine Idee, wie man einen Roulator so baut, dass man auch fahren kann. Und zwar einfach vorm Fahrrad, vorne das Fahrrad weg tun und dann oben auf den Roulator aufsetzen. So wirklich, dass es hier hinkommt. Dann sitzt es an dem Roulator. Hier kann man den Roulator mit dem Lenkrad anbieten. Seiziger kann bloß hinten bremsen. Vorne muss man schauen, wie man den Roulator vorne bremst. Da müsste auch mal was sein. Da hast du einen Roulator und hinten ist das Fahrrad. Bitte beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung. Da kann auch der Roulator nach vorne nicht so recht umfallen. Allerdings muss der Roulator natürlich verkehrt. Bis die Rollen hinten sind. Damit man durch die Bewegung des Lenkradts eben wenigstens rechts bekommt. Das war ein bisschen ganz super.